Guten Tag, herzlich willkommen zu den Wirtschaftskurznachrichten der MWN. Wechsel bei der Wallenberg Outdoor GmbH. Der Vorstand des Zeltherstellers Wallenberg wird trotz zufriedenstellendem Ergebnis abgelöst. Der neue Vorstand steht bereits in den Startlöchern. Seit ihrer Gründung vor über 30 Jahren hat sich die Wallenberg Outdoor GmbH peu à peu zu einem wichtigen Bestandteil der Outdoor-Industrie entwickelt und gilt heute als einer der innovativsten Zeltproduzenten, da das Unternehmen mit seinen zahlreichen Neuentwicklungen der Konkurrenz oftmals ein Stück voraus war. Dies geschah unter der Federführung der Unternehmensgründer Renate und Markus Wallenberg. Diese haben aus einer kleinen Zeltwerkstatt ein florierendes Unternehmen gemacht. Nun wollen sich die beiden Gründungspunioniere aus dem operativen Geschäft zum Jahresende zurückziehen und übergeben die Leitung an ein junges, kompetentes Führungsteam. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe mein Unternehmen mit eigenen Händen aufgebaut. Uns war es immer wichtig, innovative Zelte herzustellen mit hoher Qualität. Dadurch waren wir der Konkurrenz immer einer Nasenlänge voraus. Durch diesen hohen Umsatz haben wir eine hohe Eigenkapitalquote erreicht und haben das Unternehmen gut im Markt positioniert. Aber es stehen uns stürmische Zeiten hervor, bevor der Markt es wirklich hart um kämpfen. Deswegen heißt es, nicht ausruhen auf dem Markt voll. Wo ist die künftige Positionierung? Es liegt an Ihnen, eine neue Strategie zu entwickeln. Ich glaube an Sie.